hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video heute zum thema emergency info wallpaper beziehungsweise ein vision port auf deinem handy ja die meisten verwenden ihr handy und zwar täglich ja das ist ja doch die meist betrachtete fläche der welt im moment und da dachte ich mir doch das wäre doch sinnvoll diese fläche auch sinnvoll zu gestalten vor allem sage ich mal ja deinen sperrbildschirm am handy beziehungsweise auch allgemein deinen handy hintergrund zwei anwendungen sind mir dazu eingefallen und zwar im emergency info wallpaper das heißt wenn du dein handy verloren hast dann braucht die person die das gerät findet dein handy nicht entsperren oder sonst irgendwas sondern schaltet es einfach ein und sieht schon am ersten start screen wem das gerät gehört und im besten fall hinterlegst du eine notfallnummer natürlich nicht eine eigene du hast dir dein handy verloren oder eine e mail adresse oder sonstiges und was man noch machen kann ist natürlich auch ein vision port erstellen ein kleines aber feines vision port wo du dir ja wie einen wichtigen spruch ein zitat einen motivations spruch immer in erinnerung rufst wenn du das handy ansiehst wie kannst du das machen ja handy wallpaper erstellen also es gibt mal unzählige vorlagen im internet einfach mal in der suchmaschine handy wallpaper oder handy background suchen oder du erstellst dir ganz einfach am handy selbst einen zum beispiel hier ich verwende jetzt einmal adobe spark post du kannst natürlich ein tool nehmen was auch immer du willst ich habe hier gefunden und smart form gibt sie eine vorlage liefert okay die gefällt mir mal ganz gut und ja die kann ich mir jetzt einfach diese vorlage remixen hier ist nämlich auch schon ein ein handy symbol drauf somit drei punkten als notiz oder nachricht icon und das kann man schon mal ganz gut dazu verwenden werden wir den text ändern liefert andere okay wenn wir den text bearbeiten und da schreibe ich jetzt hinzu emergency call of mir das das mache ich ein bisschen kleiner ja sehr gut jetzt ja mittig ist egal dieses icon hier dann diesen text bearbeite ich noch call my mom haa mum mir schlechter hier vor das ist keine gute idee call my mom text nehme ich hier ja welche app du dann wirklich verwendest komplett egal einfach eine die dir spaß macht so call my mom und dann nämlich diesen text und die telefonnummer 555 wir haben ja alle diese hollywood telefonnummern 1 2 3 5 6 7 und dann kannst du hier einfach deine kontaktdaten hinterlegen und ja wenn du ein geschäft hast hinterleg auch noch deine homepage deine e mail adresse was auch immer ziemlich cool so das hier drauf ich hasse die auto korrektur in diesem fall so und somit bittest du einfach die möglichkeit dem finder die möglichkeit dich anzurufen beziehungsweise eine kontaktperson anzurufen ja wenn du irgendeine krankheit hast was auch immer kannst du auch zum beispiel hier wirklich notfallnummern und notfallkontakte direkt im sperrschirm von deinem handy hinterlegen dann machen wir jetzt eine farbfläche bild speichern wurde in der filmrolle gespeichert sehr gut das kann ich jetzt aufmachen und kann jetzt da sagen okay verwende mir das hier und zwar als hintergrund und das handy fragt mich jetzt perspektive ein von mir aus ich mache das hier noch kleiner perspektive aus damit die ganzen text sieht okay du siehst schon die anwendung hier ist ein bisschen zu groß beziehungsweise das bild ist ein bisschen zu groß das kannst du hier noch weiter bearbeiten und ja so lange anpassen bis es am ganzen bildschirm platz hat möglichkeit zwei ist du machst dir einfach einen screenshot von deinem handy ich mache das jetzt da genau so wie jetzt da ist je nachdem welches handy du hast welche software version und was auch immer musst du verschiedene tasten drücken ich habe einfach mit dem iphone hier die ausschalttaste und die lautstärke plus taste gedrückt und diesen screenshot kann ich mir jetzt da auf meinen auf mein notebook kopieren und zum beispiel mit photoshop dann dementsprechend bearbeiten wie ich auch sagte kannst du nicht nur einen emergency call machen sondern auch einen motivierenden spruch zum beispiel das gibt es nicht für bibliotheken nein die wollen wir nicht vorlagen was nehmen wir denn hier ja thank you for your order like keine ahnung gut das ist ja ein video das macht ja keinen sinn gut du kannst ja natürlich für die sprüche natürlich auch einen spruch aus dem internet raussuchen und den dann als hintergrund für dein handy beziehungsweise für den sperrbildschirm in diesem sinne auf wenn du hattest spaß mit dem tutorial daumen hoch und ja hinterlasse mir ein kommentar und ein feedback würde mich auch sehr interessieren welche anwendungsmöglichkeiten du für deinen sperrbildschirm hast in diesem sinne bleib kreativ bis zum nächsten mal ciao ab 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 Vielen Dank.